Du wirst dich um eine unserer Kryptologie-Experten kümmern. Du sicherst die Station, du sicherst die Codes. Und zwar um jeden Preis. Die Free-TV-Premiere. Dieser Auftrag. Die Station ist kompromittiert. Soll sein letzter sein. Oh mein Gott. Jahrelang wurden die verdammten Codes nicht geknackt. Das ist noch nie passiert. Was zur Hölle wollen die von uns? Uns töten, damit wir die Übertragung nicht widerrufen. Numbers Station. Donnerstag, 20.15 Uhr. ProSieben.